Während sich die Wissenschaft offiziell immer noch streitet, ob wir überhaupt ein Bewusstsein besitzen, was Materie wirklich ist und ob Psy-Phänomene existieren, haben manche Menschen unter uns tatsächlich Fähigkeiten, die wir normalerweise nur aus Hollywood-Blockbustern kennen. Mit anderen Worten, wir sind eingebunden in einen zwölfdimensionalen Raum. Dieses Phänomen, dass eine solche Erfahrung, die sich in Sekunden vollzieht, einen Menschen aus der Tiefe heraus seinen ganzen Charakter umkrempeln kann. Ich selbst glaube, das Universum hat eine Seele und ein Bewusstsein. Diese Beobachtungen aus Transpersonal-Psychologie, nicht wahr, also zeigen das Bewusstsein in einem ganz anderen Licht. Es ist nicht nur möglich, es ist tatsächlich. Ich kam zu dem Schluss, dass manches davon real ist. Es basiert nicht auf meiner eigenen Erfahrung, sondern auf dem, was wir im Labor sahen. Das Bewusstsein nicht von uns gemacht wird, sondern ein Prinzip der Natur ist. Erleben Sie Transzendenz